Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shogi Wanoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Erster Daniel und ich bin der Saschi. Entschuldigung, ja, ich bin der Saschi. Ich bin der Daniel, erster Saschi. Heute am 2. Oktober haben wir auch ein Geburtstagskind. Das ist richtig. Und das will der Christian bestimmt vortragen. Auch das ist richtig. Und was ist es, Christian? Ein Geburtstagskind. Aber jetzt haben wir erst einmal ein Fakt des Tages. Kate Winslet. Kennst du? Ja, das war die von Titanic, die sich da so halber nackert gemacht hat. Ja, aber ganz ehrlich, die haben ja so einen Blockbuster da gehabt, die Titanic, ne? Ja. So ein Riesenteil. Wirklich viel reingesteckt an Geld. Der Leonardo ist ja ein Guter. Und das ist ja auch ein Hübsche. Ja. Aber die hätten doch, anstatt der Kate, hätten sie doch irgendwie, oder? Ich fand die hübsch. Ach, ich fand die sehr hübsch. Ich durfte es nur nicht sehen. Ich hatte damals eine Freundin, mit der war ich im Kino. Und die hat mir im Kino während der Nacktmahlszene die Augen zugehalten. Ich habe die Nacktszene erst viel, viel später im Fernsehen gesehen. Ich hoffe, du hast dich nach dem Kinogang getrennt. Äh, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, ich war noch eine Weile mit ihr zusammen. Pass auf. Sag's an. Geburtstagskind heute hat die, ist die Tanja. Tanja, äh, meine, meine, äh, Joggingpartnerin ab und zu mal. Schluss, muss ich nicht kennen. Ich sag hier, hallo Tanja, alles Gute zum Geburtstag. Einen Tag nach der, äh, Dings, Tag der Deutschen Einheit. Noch betrunken wahrscheinlich, die Tanja. Aber wenn du heute joggst, nicht mit mir, ich mache hier Sendung. Also wenn man, nur mal einen Tipp nach draußen. Also wir haben ja hier Daily, deine tageslose Angeberwissen. Ein Angeberwissen ist ja auch, man muss sich bewusst sein, dass wenn man Nacktmahlszene im Kino nicht sehen darf, dann ist das ein Trennungsgrund. Okay. Ja, Thomas muss dein Geburtstag heute. Thomas, alles Gute, gell? Thomas hier, Thomas, ja. Tommy, ja. Du weißt Bescheid hier, bei dem Zeichen. Weißt du, gell? Ja, Rick Astley, kenn ich noch. Ja? Wie heißt der Song? Never gonna give you up. Kennst du den? Nein. Never gonna give you up. Ach so, doch, ja, doch, den kenn ich, ja. Kannst du singen? Nein. Never gonna give you up. Du kannst aber auch nicht singen. Den Tag, ich bin nicht Tag sicher. Ich weiß ja nicht, ich bin ja nicht vorbereitet, wie gesagt. Ja. Sagt dir Bonnie M. etwas? Ach, das ist der Tänzer von Bonnie M.? Ja. Ah, genau. Ma, 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 ma. Ma, Beke. Er hat immer so diese Schrittfolgen da gemacht. Der Typ war sogar Nachbar bei mir, als ich in Amsterdam studiert habe. Ach was? Ich habe in Amsterdam studiert, ein halbes Jahr, habe ich in Amsterdam gemacht, so ein Käse, eigentlich nichts gemacht, aber da auf jeden Fall gewesen, ja. Und da hieß es immer, der Sänger von Bonnie M. ist irgendwo hier Nachbar. Ich habe ihn nie gesehen, aber es hieß hier, Nachbar, der wohnt hier drei Straßen weiter, das ist der Sänger von Bonnie M. Also hat nichts bei dir machen lassen, so irgendwie. Bei mir machen lassen? Ja, das sagt man so, wenn man in den Nachbarschaft, kommen ja Leute, die sagen, hier kannst du mir nicht mal, oder... Ach so, so ein Kilo Zucker, Zucker, äh, Zunge. Also ein Kilo Zucker mal irgendwie eingetauscht, ein paar Eier und sowas. Auch keine Eier mehr, kannst du mir nicht leihen. Jetzt hätte ich mir vor, Bobby Farrell kommt zu mir, klingelt bei mir und sagt so, hast du mal ein bisschen Zucker? Hast du schon mal geguckt? Polizeiruf? Ja. Wie fandst du? Also Polizeiruf 110, letztes Mal ohne Spaß, ist ja noch beschissener als der Tatort. Das gibt es ja gar nicht. Was für ein... Also normalerweise mag ich es ja gar nicht, wenn man so Actionfilme oder sonst irgendwas, wenn man da sitzt und sagt so, oh ist das unrealistisch, das ist unrealistisch. Aber das ist so hohl, Polizeiruf einsetzen und gewesen, ich habe es da ein paar Folgen gesehen von, das war so hohl, dass du gedacht hast, also, wen wollt ihr eigentlich verarschen? Das rafft ja meine Oma, dass das Käse ist. Apropos raus, heute am 7. Oktober... Wow, was ne Überleitung. Apropos raus, am 7. Oktober ist auch der Nationalfeiertag der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Und die ist ja bekanntlich... Raus. Raus. Bis dahin, cheerio, my Sophie. Warum zieht das mit der Hand so komisch? So, das war ein Zeichen für meine Frau. Wenn ich so mache, heißt das I love you. Dann heißt das... Weißt du, was es heißt, wenn meine Hand wackelt, dann heißt das... Achtung, meine Hand wackelt. Wenn ich so mache... Dann heißt das Pantau. Pantau kommt, ja. Ja, genau. So, jetzt ist aber Schluss jetzt hier. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi. Musik. 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 Vielen Dank.